Die Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften ist ein Sammelbegriff für rechtlich und finanziell selbstständige apostolische Gemeinschaften. 1956 wurde in Düsseldorf die Vereinigung der Apostel der Apostolischen Gemeinden gegründet. Die Mitgliedskirchen entstanden zu unterschiedlicher Zeit und aus verschiedenen Gründen als Abspaltungen der Neuapostolischen Kirche. In späteren Jahren wurden die Gemeinschaften, deren Apostel sich zusammengeschlossen hatten, umgangssprachlich und insbesondere von neuapostolischer Seite oft mit Waag bezeichnet. Auch innerhalb der Apostolischen Gemeinschaften wurde diese Bezeichnung in den 1980er und 1990er Jahren benutzt, obwohl sie sachlich falsch ist. Denn es gab nie einen Zusammenschluss von Gemeinden bzw. Gemeinschaften, sondern nur von deren Kirchenleitern. Die Abkürzung Waag bezeichnet heute korrekt die Vereinigung der Apostolischen Gemeinschaften in Europa. Da die außereuropäischen Gemeinschaften sich lehrmäßig deutlich unterscheiden. Mitglieder Der Waag in Europa gehören zurzeit folgende vier Gemeinschaften an. Apostolische Gemeinschaft Gemeente van Apostolische Christenen Union des Christiens Apostoliks Vereinigung Apostolischer Christen Der 1921 gegründete reformierte Apostolische Gemeinde Bund schloss sich 1994 mit der Apostolischen Gemeinschaft zusammen. Er gehörte vorher ebenfalls zur Waag. Die heutige Apostolische Gemeinde des Saarlandes gehörte von 1956 bis 1967 zur Apostolischen Gemeinschaft und somit ebenfalls zum Verband. Ebenso die inzwischen untergegangene alte Apostolische Gemeinde in Österreich von 1987 bis ca. Zur Vereinigung der Apostel der Apostolischen Gemeinden gehören neben den Kirchenleitern der vier europäischen Gemeinschaften noch die der Australischen Kirche mit den ihr verbundenen Mischenskirchen sowie die der Südafrikanischen Kirche. Oftmals werden diese Gemeinschaften auch zur Waag gezählt, was sachlich jedoch nicht ganz richtig ist. Myanmar United Apostolic Church Apostolic Church of South Africa Apostle Unity Die Igria Evangelica Apostolica in Brasilien wie auch die Diaspora-Gemeinden in Argentinien und den USA, die von Deutschland aus betreut wurden, sind aufgelöst. Die derzeit etwas 80 Gemeinden auf den Philippinen werden von Australien aufgebaut und betreut. Die australischen Gemeinden haben auch die United Apostolic Church of India von den Europäern übernommen und bauen die Mission in Indien neu auf und aus. Ebenfalls aus Australien werden Missionen in Kenia, Neuseeland, Pakistan, Myanmar und Kanada betrieben. Lehre, Ämter und Leitung Die vier europäischen und bis 2005 auch die indische Teilkirche sind in Lehr- und Organisationsfragen sehr eng miteinander verbunden. Seit Januar 2012 gilt in allen europäischen Gemeinschaften eine Gemeinde- und Gottesdienstordnung. Die europäischen Apostel treffen sich dreimal jährlich seit etlichen Jahren zusammen mit den Bischöfen zu Konferenzen. Zu den australischen und südafrikanischen Gemeinden bestehen inzwischen ehrlose Verbindungen, es gibt Unterschiede in theologischen Fragen. Auch gehören inzwischen nicht mehr alle europäischen Apostel der internationalen Vereinigung an. 2003 fassten die europäischen Apostel den Beschluss zur Frauenordination, der 2004 dann erstmals in Deutschland mit der Ordination von DiakonInnen umgesetzt wurde. Im Jahr 2016 gibt in Deutschland und in den Niederlanden DiakonInnen, PriesterInnen, HirtInnen und auch eine Älteste.